Ich bin Eva Miribung, ich bin Teil der Strubel-Peter-Truppe aus dem Kamorchester Basel. Zusammen mit meinen Kollegen Jan, Konstantin und Georg. Dieses Musiktheater ist vor etwa vier Jahren entstanden in Zusammenarbeit mit unserer Regisseurin Salome Inhoff und zwar als Klassenzimmerstück. Das heißt, wir sind in etwa 60 bis 70 Vorstellungen direkt in Klassenzimmer gegangen in unseren Kostümen mit unseren Instrumenten und haben das dort aufgeführt für die Schüler, was wir sehr genossen haben, was eine wunderbare Erfahrung war und ist. Und ganz neu proben wir unser Stück als Revue, Strubel-Peter-Revue, immer zusammen mit unserer Regisseurin Salome und ganz neu mit der Mädchenkanterei Basel. Du trimmst und laufst die Kerzen, erheben ihre Tatzen. Sie drohen mit den Pfoten, der Vater hat der Broten. Er übersteht, sonst kannst du dich verloren. In dieser Revue, was für uns neu ist, normal sind wir the main actors, also wir sind eigentlich die Schauspieler, Musiker, alles Darsteller in einem. Und das ist jetzt anders. Wir schlüpfen immer wieder in die Rolle des Erzählers, der Erzählerin und überlassen unseren Mädchen die Show, was sehr spannend auch ist, weil wir uns auch viel mehr auf die Musik konzentrieren können. Diese Abwechslung ist toll, einfach. Heute war die erste Probe mit den Mädchen. Und ich spüre viel Energie und Freude, die da aufkommen. Unser Wunsch dahinter ist, wird dich die Freude an der Musik, am Spielen, am gemeinsamen Singen vermitteln. Und das passt gut in die Adventszeit rein, in die Zeit des Lichts, die Suche nach dem Licht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017